Yo, Leute, was geht ab? Ihr seht hier gerade mein Karin-Taxi, danke an Bravely. Ohne den würde ich hier tatsächlich gar nicht lang kommen. Habe ich eben spontan hier kennengelernt, tatsächlich. Oh, guck mal, der tankt hier diese komischen Wirbel für mich. Oh, warte mal, ich gehe mal doch lieber in Tarnung. Weil, ich weiß nicht, wie das mit dem... Oh, warte mal, dann weiß er aber nicht, wo... Nee, ich hätte, glaube ich, aus der Tarnung gehen sollen. Weil sonst weiß er ja nicht. Oder kann man das über den Map-Button dann mitbekommen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann man ihm... Wenn man dann... Egal, ich probiere einfach mal durchzukommen, wieder zu Karin, ansonsten wird das ein Mega-Fail. Ich schreibe ihn dann. Warte mal, ich muss hier mal... Yo... Yo... Bin... Bin... Bin dahinter... Ich wollte eigentlich Meta schreiben. Oh, shit. Oh, oh, da ist der... Da ist der Auflöser. Da ist der Tarnauflöser. Oh. Oh mein Gott, das ist ja übelst der Struggle hier. Boah, ich muss hier schon mal auf meine... Ich habe zum Glück noch CS-Ports. Ich habe zum Glück noch Wiederbelebungsdingen. Ey, da könnte ich mir sogar noch mehr von kaufen. Tatsächlich, die kosten, glaube ich, nicht viel. Ey, Leute, wenn das kein Like wert ist, wenn das kein Like wert ist, dass ich hier mein Wiederbelebungsding für euch eingesetzt habe, Also, dann weiß ich auch wirklich nicht mehr weiter. Dann, ähm... Und natürlich danke an Bravely auf jeden Fall. Ey, das gibt mir Vibes hier vom, äh... Zombie-Friedhof, oder wie das heißt. Ich... Dieses 30er-Verlies fand ich immer mega nice. So vom Viper... Oh nein, was macht der Typ? Pah! Wie das ich da schon gedreht habe mit seiner komischen Attacke, ey. Naja, ich... Ich, äh... Warte mal. Aha! No! Der Reichweitenindikator hat nicht gestimmt. Bravely, mach die weg, 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 Bravely! Ja, ja, ja... Oh, danke. Oh, nice. Danke. Oh, das ist so nice. Die Fiesta Online Community ist einfach lit. Oh, warte mal, ist er jetzt da angegangen deswegen? Oder ist er jetzt rausgehangen? Oh. Äh, rest, rest bei dem Bray, bitte. So, wen haben wir denn hier schon wieder von dem Karin Squad? Ähm, hm, 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 hm. Tja, heute irgendwie nicht so viele. Ich wollte ja eigentlich Malefa aufnehmen. Da war niemand. Bei Malefa war heute keine. Warte mal, soll ich mich nochmal tarnen? Wenn dann wieder so ein Monster angerannt kommt, sind wir ja wieder irgendwie... Sind wir ja irgendwie wieder in Trouble. Ich habe noch ziemlich viel Zeit heute. Ich muss auch Fiesta Online... Gab es da nicht mal diesen lustigen Fiesta Werbespot? Heirate, tanze, weiß ich nicht mehr, weiter. Ich mach mal mit. Die Fiesta Online Meta ist zu strong, einfach. Bedingungslos. Ey, das ist aber eine obszöne Geste. Da werde ich sofort lieber wieder die Tarnung annehmen. Ja, ja. Was? Der hat mich enttarnt? Das ist ja eine Frechheit. Ey, Alter, der soll mal aufhören. Und wieso wurde ich enttarnt? Wieso wurde ich wieder enttarnt? Das ist ja eine absolute Frechheit. Ist ja auch schon wieder so ein Enttarnungsding. Und dann vielleicht kann man... Aha, die haben aber bestimmt nicht daran gedacht, dass man sich hier auch an die Seite stellen kann. Ha, 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 ha. Oh. Ey, das ist ja eine absolute Frechheit. Ey, Paya ist übrigens so eine Fiesta Online Legende schon gewusst. Warte mal, ich stelle mich einfach hier zu den anderen. Da falle ich nicht so auf. Ist ja nicht so, spot the main character. Allein wegen der Haferbele. Naja, so. Wilder Anfang. Wildes Life, Leute. Also. Fiesta Online. Warum war ich weniger on in letzter Zeit? Wir haben hier noch ein bisschen Zeit für den Karren Raid. Ein bisschen Lava-Runde. Weil wie der Typ da hinten rumläuft, der da. Ha, 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 ha. Lell, was ein Kekko, Alter. Der gelbe Typ da hinten. Ey, mit seinem... Keine Ahnung. So, Leute. Also. Warum habe ich länger nicht gespielt? Das ist durchaus eine berechtigte Frage. Ähm. Zwei Buchstaben. Schleim Kaiser. Oh shit. Oh shit. No. Nicht schon wieder. Das war eine Frechheit von den Leuten. Zwei Wörter. Schleim Kaiser. Wegen Schleim Kaiser habe ich in letzter Zeit nicht so viel gespielt. Ich wollte mehr spielen. Warte mal. Ich könnte mich theoretisch hier dann direkt ausloggen, ne? Wenn ich gerade eh mehr so inaktiv bin. Ich werde mal geilen, geilen Content aufnehmen, Alter. Ey, Knappfel hat einen neuen Look. Lell? Knappfel hat einfach einen, äh, neuen Look hier am Start. Nice. Ähm. Zwei Buchstaben. Schleim. Oh lol, die hat den Schleimrucksack. I can't believe it. Der Schleimrucksack ist ein unglaublich seltenes Schleimaccessoire. Lol, wer hat denn da die... Ahahahahaha. Das ist ja genial. Lol. Das ist ja das beste, Alter, was die je gebraucht gemacht haben. Hätte ich doch auch nur diesen seltenen und coolen Schleimrucksack. Ich kann mich in Sachen gelachen und Eleganz und Freude nicht mehr zurückhalten. Ey, die hat es aber auch für den Screen in dem genau richtigen Winkel. Ja, ich habe so viele Screenshots. Ah, die Tränen. Der böse Schleim. Boah, da gab es früher immer so komische... Da gab es früher immer so Memes. Ich glaube, das war noch eine Zeit, da gab es Memes als das Wort noch gar nicht. Da war so... Da war so ein so ein Dude und dann so... Fühlt sich glücklich, fühlt sich traurig, ist wütend, ist schlecht drauf, ist gut drauf. Und das war einfach immer dasselbe Bild. Und das war so ein bisschen das Meme an der Geschichte. Das war vor der Zeit, wo Memes existierten, war auch nicht sonderlich witzig. Den Witz hatte man dann relativ schnell verstanden. Naja. Ähm, ah ja. Ey, die hat einen coolen Look mit diesem Joker-Hut. Den fand ich immer mega nice. Diesen Joker-Hut fand ich immer total cool. Gibt es den nicht auch in verschiedenen Varianten? Den fand ich immer mega lit tatsächlich. Gefällt mir mega hier von... Z-Nestra. Könnte die Style-Queen der heutigen Raid-Episode sein? Joa, hätte ich nichts dagegen tatsächlich. Ähm, wo war ich gerade? Ah ja. Lol, einfach eine Geschichte. Zehn Jahre lang erzählt hier, ey. Wie der eine Dude in dieser Serie mit Ted Mosby. Lol, kennt ihr eigentlich doch How I Met Your Mother? Ich find's lustig, wie das so eine Serie war, die eine Zeit lang so jeder mega gefeiert hat. Auch schon länger nichts mehr von gehört, ne? Ja, ich glaub so ein paar neuere Staffeln waren dann auch... Kamen irgendwie nicht so ran dann mehr, ne? Aber eine Zeit lang war das so der übelst angesagte Stuff. Das war witzig. Ähm, ja genau. Also ich hab wegen Schleimkaiser weniger gespielt. Denn wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Schleimkaiser-Enthusiast. Ein absoluter Schleimkaiser-Enthusiast. Ja, ich rocke Schleimkaiser. Ich enjoye Schleimkaiser. Man könnte mit Fug und Recht behaupten, ich bin der Schleimkaiser. You know what I'm saying? Da gibt's aber ein Problem an der Sache. Oh, was könnte das Problem sein? Das ist eine Kingdom Quest, in der sich jeder einschreiben kann. Ja. Wenn's nur so einfach wäre. Wenn's nur so einfach wäre. Ey, Giyu, moin. Der hat auf jeden Fall einen coolen Look, muss ich sagen. Guck mal, der wusste direkt, dass ich hier mit seinem Weiben, Weibe. Deswegen kam er nochmal zurück. Dachte er so. Der hat zuerst den Vibe-Check gemacht. Er hat überlegt, wie reagiere ich auf seinen Vibe-Check. Und da habe ich in meinem Depp reagiert. Und er wusste sofort, wir Weiben. Ähm, wo war ich gerade? Ah ja. Also, ich kann zur Zeit nicht mehr wirklich weiterspielen, Fiesta Online. Ähm, weil... Ähm, also du kannst dich nicht mehr so wirklich in Schleimkaiser einschreiben. Das ist das Problem an der Story. Ja, ähm, ich würde da auch tatsächlich einigen Leuten unterstellen, dass die sich da gewisse technische Hilfsmittel bauen, was wahrscheinlich gegen die Spielregeln ist. Ja, so schaut's aus. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich mit menschlicher Geschwindigkeit so schnell in die Kingdom-Quests einschreiben kann, wie es manche Leute machen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass sich da einige Leute technische Hilfsmittel bauen, um sich da schneller in die Kingdom-Quests einzuschreiben. Ist natürlich die Frage, wie kriegt man das raus, ne? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das gegen die Spielregeln ist, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich mit menschlicher Geschwindigkeit so schnell in die Kingdom-Quests einschreibt, wie es manche Leute machen zur Zeit, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, nein. Deswegen kann ich zur Zeit nicht weiterspielen, ich komm nicht mehr in Schleimkasa rein und die WDHs werde ich definitiv nicht grinden, nein, nein. Wenn ihr denkt, ich grinde WDHs in Fiesta Online, muss ich euch leider mitteilen, nope. I'm sorry, nope, 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 not gonna happen. Ich grinde definitiv keine WDHs in Fiesta Online, Alter. Aber ich kann gerne trotzdem weiterkonnen, ich meine, ich kann ja die Raids trotzdem aufnehmen, so ein bisschen rumlabern, labern, 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 labern. Ey, so ein richtiger Oldschool-Homie hat sich eben eingeloggt. Ich wusste gar nicht, dass der auf dem Server spielt. K-C-V-S, na moin. Der kam auch öfter in die Streams rein. Der League of Legends-Stream, in dem wir auch öfter über Fiesta Online reden. Einmal pro Woche. Schaut vorbei! So, ich glaube, es geht gleich los. Wir haben hier die Sperrspitzen-Formation. Rein in die Karin. Orange rausholen. Das ist die Mission. Das ist das Thema. Vielleicht habt ihr vorgespult bis hierher. Kann sein. Ey, diese Bedingungslose mit ihrem Schleimrucksack. Ich glaube das gar nicht. Das ist wirklich crazy. Oh, ne. Warte mal, ich muss ja den Boss anvisieren wegen dem Drop. Da ist er. Wo ist der Maus-Cursor? Achso, kann ich von hier sehen, ob was droppt? Ich möchte sagen, ja. Ich möchte sagen, wir sind nah genug dran. Wo ist denn der Kreis? Die ist da vorne. Ah ja. Doch, es müsste funktionieren. Diesmal dauert es auch ein bisschen länger, oder? Ging schon mal schneller, der Raid. Aber nicht, dass wir hier gleich diesen Debuff alle kriegen. Das wäre richtig übel. Loll, die Ads tanzen da richtig rum bei dem Kampf, ey. Loll. Guck dir die Breakdance-Moves von dem einen Dude da an, oder? Jungen, ja. Ich bin, glaube ich, nahe genug dran, um den Drop aufzuzeichnen. Glaub' ich zumindest. Ah, war zu schnell. Habe ich jetzt nicht mehr bekommen, ob ein Orange dabei war. Guck mal, wie viele Leute hier wieder sind, Alter. Fiesta Online still alive in 2024. Bis zum nächsten Video. Tschüss.